Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dayblead Fixes Wie ihr noch schon gesehen Ist das hier ein bisschen... Nicht so... Ein einfaches Level wie bisher Ich habe es schon ein bisschen gehört, wie man vielleicht merkt Und zwar habe ich mir überleicht Ja, das wird sicher so ein scheiss Level wie es jetzt auch ist Und darum habe ich schon angefangen zu spielen Fuck Zum Glück kann man speichern Ja... Dann machen wir den... Kleinen... Äh... So wie immer das immer noch ist... Octopus Halt machen, wie man will So... Das ist jetzt der schwierige... Schwierigär... Ich gehe nicht durch Schwierigär... Weil... Ja... Ich habe lange gebraucht bis ich schaue, wie ein Niveau durch muss Vielleicht kann man speichern... Ah, nein, lange ist es noch nicht Das wäre gut gewesen zum... Speichern... Äh... Ja... Vielleicht hätte jemand den Speichertpunkt hier unten nicht sollen verbrauchen... Egal... Mega netz... Noch mal drücken... Äh... Noch mal... Und nicht sterben... Ja... Aua... So... Das ganze Level ist so aufgebaut... Also... Es gibt... 50'000 Stellen, wo man... Irgendwie 1 Stunde lang dran sein könnte... So... Ich habe es vorne kurz gemacht... Es... Ähm... Ja... Ich muss schauen, wie lange das dauert... Aber ich denke... Weil ich es ja schon gemacht habe... Es sind so lange dauert... Ja... Mal schauen... Ich habe mich da am Schiss schon durch... Ich weiß es nicht... So nicht... Wow... 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 Das Problem ist halt... Die können einem auch im Weg stuhen... Und ich hasse das... Ah... Stirb doch... So... Aufhör wieder... Wow... So... Wie schon... Ah... Es langt einfach nicht für ein Checkpoint... Das ist wirklich sehr... Schlecht... In der Situation... Jetzt bestellen wir alles... Von der Ding erledigen... Von der Sägeblätter... Sie werden den Weg ins auch noch... Äh... Sehr... Sehr... Oh nein... Was... Wie knapp ist denn da... Wenn du mich verarschen... Aber... Ja... Super... I'm loving it... Vielleicht wenn es... Wenn das Ding da auch noch... Ja... Okay... Das sieht gut aus... Und... Checkpoint... Ja... Endlich... Ah... Ich hab doch schon mal gesagt... Dass ich in dem Spiel... Dass ich noch nie so froh war... Ich bin auf Checkpoints... Aber... Man muss sagen... Die Levels... Das sind wirklich... Oh mein Gott... Die sind hart... Ich bin ein paar Mal ausgerastet... Als ich vorhin... Als ich... Das... Das Level mal durchgespielt habe... Mein Gott... Und das ne... Fuck... Das nächste... Was kommt... Das wird genau nochmals so schlimm... Oder noch schlimmer... Um genau zu sein... Ja... So kann man es machen... Ist vielleicht nicht ganz... Seinen Zwecke... Besagt... Aber... So... Leider... Gibt es kein... Checkpoint... Aber... Dann füllen wir jetzt da durch... Und das ist Scheisse... Ah... Da musst du echt... Wirklich so... Millimeter Arbeit leisten... Aber... Okay... Dann müssen wir mal... Das Ding analysieren... Wie ich dort im Scheisse durchkomme... Innen... Und weiter... Vielleicht einfach... Gerade wirklich so... Ja... Tatsache... Nein... Wo kannst du da drin? So... Hä? Das ist gar nicht meine... Ja... So kann man es natürlich auch machen... Gar nicht springen... Ah... Ich hasse die Oktob... Tussis... So... Ah... Okay... Nochmal... Und... Sterben... Ja... Das ist ja die Idee... Das ist awesome... Mal schauen... Wie ich es zusammenschneide... Ich kann zwar das jetzt... Drei gespielt... Aber wie ihr noch seht... Äh... Ist... Auch wenn man weiss... Wie es geht... Was da weiter... Da hatte ich mir Glück... Als ich den Teil gemacht habe... Ich bin ungefähr so durch... Und... Ja... Und dann irgendwie weiter... Das... Das ist mir von öfters... Äh... Gut... Die Taktik... Einfach mal... Irgendwie weiter... Aua... 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 Ja... Äh... Ich hätte es ja nicht geschafft haben... Endlich... Ich habe es geschafft... Endlich... Ah... So... Und jetzt geht es weiter... Hier sind die... Komischen... Bastkreise... Was es dann rechts von mir hat... Was da grosse Viecher... Da wo ich jetzt draufstehen möchte... Ja... Die werden auch nicht öfters kommen... Die werden sehr viel öfters kommen... So... Das ist ja tot... Wie man dort unten befreit... Ich habe keine Ahnung... Oh... Der befreit sich selber... Ach... Jetzt haben wir noch einen schönen Geist... Aua... Da hätten wir so können... Killen... Eigentlich mit dem... Der... Dem... Dem... Bömbeli... Aber... Ja... Komm da... Au... Aua... Aua... Ah... Ich habe es ja nichts... Ich bin da... Ah... So... Wo? Wir haben jetzt endlich geschafft... Komm mal... Ich habe mich nicht in die Hore... Hast du gerade genommen... Nein... So... Jetzt kommt es... Checkpoint... Ah... Das ist gut... Jetzt kommen wir entweder hier nach rechts und dann nach oben, oder einfach gerade nach oben Ich würde mal sagen, wir holen uns die Aua Ihr werdet gekillt! Ja, das ist eine gute Idee Eigentlich hätte ich mir sagen, holen wir uns... Ich lerne auch nicht aus den Fällen von mir Holen wir uns diesen Das ist der Aua, das ist gut Hier oben gibt es noch mehr von denen Irgendwo Ich kann uns einen Bähäck Komm, mach dich Äh! Weißt du, das Tier nicht nur springen, sondern auch noch einen Ankampfangriff machen? Das ist Neof Da, tot, 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 noch einmal so Jetzt gehen wir da noch etwas weiter runter Ich hoffe, dass wir nicht sterben Ich mache jetzt erst einmal einen Checkpoint Checkpoints sind gut Okay, ich sehe übrigens... Darf ich... Ich sehe irgendwie fast ein wenig aus wie Shuriken Also so ein Ninja-Stert Oder bin ich nur ein Kodas-Finder Das ist doch echt so aus Dann, gehen wir da so So... Jetzt... Hier oben... Können wir nicht... Wir wollen da runter Und zwar... Ich hätte vielleicht den Checkpoint hier machen sollen Das ist eine Scheiss-Stelle Ich hasse Jetzt haben wir das mal Aua... What? Das Ding ist doch da oben gewesen Du stirbst jetzt erst einmal... Ach so... Okay, so... Und jetzt müssen wir durchlaufen, wenn es doppel ist Und dann... So an der Wand... Und nicht aber keiner... Ja... Das ist schon falsch gewesen... Äh... Wir können es gerne nochmal probieren... Wenn die auslösen... So... Kannst auch gerne nochmal... Sterben gehen... Wow... Äh... Wie ihr vielleicht gemerkt habt... Leg ich es nicht sehr fest... Wow... Darauf an... Die Dinger zu sammeln... Weil... Ja... Also jetzt könnte ich schon mal kurz noch... Aber... Es... Es lohnt sich nicht... Es lohnt sich definitiv nicht... Die Stelle ist aber voll kacke... Eigentlich gibt es nur mal kacke Stelle in dem... Wow... In dem Level... Das ist so richtiges... Das Rage Level... Ah... Komm schon... Okay... Ah... Fuck... Ich sehe noch von sie raus will, oder? Ich hoffe es... Jedenfalls... Vielleicht sind ja mal so... Ah... 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 Wieso... Hat das Ding jetzt müssen weiterlaufen? Ich meine... Man muss ja fast dinsen... So... Aufhören... Noch nicht... Ah... Ah... So... Komm, 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 komm... Wow... Wow... Der ist jetzt auch knapp gewesen... Ah... Jetzt kommt so eine richtige Kackstelle... Ja... Mit... Geist... Und... Oktopus... Seiss... Und... Speicherpunkt, den ich gerade nicht setzen kann... Was mich auch ein wenig angekriegt... Jetzt... Komm schon da hin... Und stirbt... Am besten genau... So... Jetzt müssen wir zwischen mal... Einen Speicherpunkt setzen... Klopp... Äh... Einen Speicherpunkt setzen... Klopp... So... Jetzt kommen wir zwischen mal... Hier oben... Bin ich nicht... Ich bin über den Unterweg gegangen... Also... Muss man aber da... Jetzt müssen wir mal schauen... Was hier oben ist... Wahrscheinlich noch mal eine Seite... Wo... Voll... Äh... Er wird voll kackig... Versteckt ist... Öh... Rä... 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 Voll Kack, er versteckt ist... Shh... Bäh... Wahrsichtig... VORSICHTIG... Wow... Wir haben es geschafft... Die Seite habe ich noch nicht vollkommen. Zum Glück haben wir einen Checkpoint gemacht. Oh mein Gott. Ich sehe gerade ein Level. Ja. Ihr seht was ich meine, hoffe ich. Au. Hääääh. Komm schon. Okay. Jaa. So vielleicht nicht geht's. Eigentlich muss ich den Feicher nur einmal ausweichen. Und dann ist gut. Ich werde mal testen. So. Geht ja. Checkpoint ist auch schon wieder bereit. Den machen wir auch da. Weil wir bekommen gleich noch einmal einen. Und ich sehe die Seite ist schon wieder verschwunden. Ja. Ich hoffe euch hat's gefallen. Ich weiß nicht. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns sicher. Tschüss. 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 Vielen Dank.